Der Markt ist immer noch auf dem Sprungbrett. Gestern haben wir es gesehen, wir hatten einen Rücksetzer und hatten gehofft, dass der Markt nach oben geht. Und ja, tatsächlich, das hat er auch angeboten. Zumindest mal beim Dow Jones hatten wir diese Zeichnung gemacht. Ich glaube, das war die, die wir gestern besprochen haben. Er hatte zwar zumindest ein bisschen die 38er Marke erreicht, das Zwischenhoch hier und demnach. Eigentlich die Long-Situation getriggert mit Zielen, die wir hier oben hatten. Nämlich die Bewegung hier vorne, da hinten nochmal. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Das Doofe ist, er kommt noch nicht in die Puschen. Das heißt, die Korrektur ist offensichtlich noch nicht ganz rum. Wir müssen also damit rechnen, dass es noch ein bisschen tiefer geht und anschließend erst nach oben geht. Ich bin nach wie vor guten Mutes, dass diese Bewegung im Endeffekt folgen wird. Insbesondere, weil das Bild sich jetzt nun bei allen Indizes widerspiegelt. Sowohl beim Dow Jones, beim S&P, als auch beim Nasdaq. Und das ist eigentlich ganz klasse, wenn das ähnlich aussieht, ist die Chance auf Erfüllung eine viel größere. Klar, wer jetzt hier auf der aggressiven Seite den Einstieg gewählt hat und den sehr engen Stop gewählt hat, der ist hier gegebenenfalls schon raus. Das haben wir allerdings ja gestern schon besprochen. Dafür hattet ihr ein Chance-Risiko-Verhältnis, was überirdisch gut ist. Da braucht man nicht bei jedem Trade positiv zu sein. Jetzt wäre es allerdings schon schön, wenn der eine oder andere dann davon auch dann wirklich ins Ziel läuft. Aber die Voraussetzung nach dieser starken Aufwärtsbewegung, dieser aktuellen scheinbaren zumindest mal Korrektur, dass es dann anschließend nochmal nach oben geht, die ist relativ groß. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht es beim S&P aus. Auch den schauen wir uns mal an im 4-Stunden-Chart nochmal ein bisschen genauer. Seht ihr, das ist der Anstieg, quasi analog zu dem, was wir beim Dow Jones besprochen hatten. Hier wäre das letzte Zwischenhoch vielleicht nochmal das Hoch von gestern Abend, 9. Mai oder so ungefähr beim Future, ich sage es nochmal eben durch, 4.145 in etwa. Bitte prüft das, je nachdem, das ist hier der Juni-Kontrakt des Futures. Ich weiß, einige haben abweichende Kurse, weil sie was anderes handeln als Instrument. Aber das wäre eine Möglichkeit. Eventuell auch die heutige Vormittagskerze, das Hoch derer, liegt bei ungefähr, wo haben wir es, 4.142. Das sind durchaus sinnvolle Indikationen für einen Long-Einstieg. Also wer es wagen will, der hätte hier quasi an der letzten 4-Stunden-Kerze auf der Oberseite ohne weiteres ein mögliches Szenario für die Bullenseite. Warum das Ganze? Der Anstieg war sehr deutlich. Ich zeichne das nochmal hier nach. Der Anstieg war deutlich. Das Ganze ist sehr, sehr korrektiv hier runtergekommen. Alles safe, was das angeht. Wir sind in die blaue Kiste rein, nämlich vom tiefsten zum höchsten Punkt gemessen. Nicht irritieren lassen, das ist im übergeordneten Bild. Im kleineren Bild, hier die kleine blaue Kiste, sind wir angekommen. Wer es nicht gut lesen kann, 4.100, grob 25 bis 4.100. Vielleicht auch noch ein bisschen tiefer, ihr seht, ich mache immer ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Und die Zielrichtung, wenn es bei dem Tief bleibt, dem Vormittagstief von heute, dann wäre die Zielrichtung in etwa 4.221. Und ihr seht, da ist schon ein ordentliches Stück Chance-Risiko-Verhältnis auf der Guthaben-Seite mit dabei. Ich kann es mal kurz einzeichnen, damit man das nochmal sieht. Einstieg ja auf dieser Höhe-Target wäre hier. Und jetzt hängt es von der Stopp-Seite ab, ob ihr den Stopp in der weiten Variante wählt, nämlich den unteren 78er, denn da sollte er auf jeden Fall nicht durchgehen. Und selbst da ist der kürzer als die Gewinn-Seite. Also das ist für diejenigen, die eine möglichst hohe Trefferquote haben wollen und sagen, ja, ich muss mit dem Einzel-Trade jetzt nicht den riesen Gewinn machen, denn natürlich Chance-Risiko ist ja nicht so unterschiedlich. Aber ich bin davon überzeugt, auf jeden Fall ein positiver Erwartungswert aufgrund dieser Relation zueinander. Wer einen engeren Stopp wählt, zum Beispiel das Tief, was wir hier haben, oder sogar die 78er da drauf, der hat sogar optisch so ungefähr nur diese Entfernung. Und da seht ihr wieder mal ein ganz kleines Minus. Denkt dran, beim Dow Jones hat es gestern geklappt, dass es nicht funktioniert hat, zumindest mal bei dieser aggressiven Variante. Hier sieht es jetzt noch besser aus, ehrlich gesagt. CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, ebenfalls besser. Also aus meiner Sicht etwas, was ich euch normalerweise im Trade des Tages oder bei Born for Trading sogar noch vorgestellt hätte. Da ich aber auf Reisen bin, zeige ich euch das jetzt so. Und wer diese Videos regelmäßig guckt, der weiß schon, was damit zu tun ist. Wer sie nicht regelmäßig bisher guckt, Schande über euer Haupt, der gucke das jetzt häufiger und dann findet ihr dann schon raus, wie das ist, beziehungsweise ihr kriegt dann meine konkreten Marken. Aber das heutige Vormittagshoch ist durchaus prädestiniert für einen möglichen Einstieg. Beim Nasdaq ist es, und ich habe es eben angedeutet, sehr, sehr ähnlich. Insofern haben wir hier den Luxus, dass wir hier im Kleinen und im Großen immer wieder dieses fünffällige Verlaufsmuster auf der Aufwärtsseite haben, das klare Korrektivmuster auf der Abwärtsseite. Hier war eine Pause, hier war eine Pause. Da ist auch wieder fünffälliges Verhalten. Ihr seht das hier und wir jetzt hier in dieser Korrektur sind. Ihr erahnt schon, wenn ihr jetzt sagt, wer handelt denn S&P, ich mag den Nasdaq viel lieber, dann habt ihr im Prinzip das Gleiche in Grün, nämlich die Kiste haben wir erreicht. Wir sind tief genug gekommen, das Zwischenhoch, vielleicht das von heute Vormittag als Zwischenhoch. Und das Target, das Gewinns hier mindestens den letzten starken Anstieg, das war ja dieses letzte fünffällige Verlaufsmuster hier hoch. Und vielleicht sogar in Anbetracht dessen, dass wir hier ja ebenfalls schon was haben, sogar mit einer realistischen Chance, dass es sogar noch ein gutes Stück weiter geht. Das können wir vielleicht nochmal offen lassen, aber bis dahin sehe ich eigentlich auf jeden Fall eine ganz gute Chance. Und wer die Zahl nicht gut ablesen kann, 13.570 in etwa auf den Juni-Kontrakt des Nasdaq 100 oder Nasdaq 100 Futures. So, zum Abschluss den DAX, der gefällt mir grundsätzlich ähnlich. Auch hier haben wir diese Abwärtsseite sehr korrektiv. Der Anstieg war nicht ganz so sauber von der internen Struktur, wie wir das eben am Nasdaq hatten hier. Also insofern bin ich da etwas vorsichtig. Aber auch hier die Erwartungshaltung Bullish. Aber wenn ich schon drei tolle Signale in Amerika habe, dann muss ich es nicht unbedingt beim DAX umsetzen. Dann würde ich das vorzugsweise beim S&P oder S&P 500 oder beim Nasdaq dann entsprechend versuchen umzusetzen. Aber das sei natürlich euch überlassen, was für euch passender ist. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die Situation richtig einschätzt, die Umsetzung vorteilhaft für euch ist. Und dann freue ich mich auf den nächsten Beitrag. Bis dann, macht's gut.